Schau mal, wenn ich mein Produkt auf Amazon anschaue, dann ist das doch ganz oben bei der Suche. Und trotzdem verkaufe ich nichts. Mach doch ganz langsam. Schau dir die Beschreibung an, vielleicht hast du was Falsches gemacht. Ich habe doch die Guidelines von Amazon verfolgt. Ich habe die ganzen Anleitungen auf Amazon gelesen und ich verkaufe trotzdem nicht. Jetzt sitze ich auf Bergware. Meine Frau wird mich fertig machen. Was soll ich tun? Und ganz easy, ruhig, Siesta. Lass uns mal zum Butrus gehen und schauen, was er dazu sagt. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier ist der Butrus und lass uns jetzt direkt loslegen, warum dein Produkt für dich sichtbar ist, aber für die anderen Kunden vielleicht nicht. Warum verkaufst du einfach dein Produkt nicht? Das heißt, du hast dein Produkt gelistet, du hast alles gemacht und die Kunden kaufen einfach das Produkt nicht. Und das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass Amazon einfach kundenfreundlich ist. Und warum ist das ein Grund, dass du nicht verkaufst? Ganz einfach. Schau, die meisten Online-Shops sind so gemacht, dass die Webseiten immer langweilig sind. Das heißt, ich gehe einmal auf die Startseite von einer Webseite und dann sehe ich immer die gleichen Logos, dann sehe ich immer die gleichen Funktionen, dann sehe ich einfach immer die gleichen Angebote. Aber Amazon sagt, ich möchte einfach Kundenprofile erstellen. Das heißt, jeder Kunde hat die Möglichkeit, einfach ein anderes Profil zu bekommen. Seine Interessen werden überhaupt gestärkt mit den Produkten, wo er einfach danach gesucht hat oder wofür er sich dafür interessiert. Und dass dein Produkt für dich sichtbar ist, bedeutet, dass dieses Produkt dich interessiert. Das heißt, du hast die ganze Zeit genau dieses Produkt besucht mit deinem Profil. Und dann hat Amazon erkannt, okay, du magst dieses Produkt und deswegen zeige ich dir gerade dieses Produkt. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Produkt für andere Kunden genauso sichtbar, wie dein Produkt für dich sichtbar ist. Ganz kompliziert ausgedruckt, wie, was bedeutet das? Mal angenommen, du möchtest wissen, diesen Schlüsselschrank hier, was du jetzt hast, jetzt von dieser Marke, Mails Metall, du möchtest ganz genau wissen, wo du überhaupt in der Suche angezeigt wirst. Viele versuchen das einfach ganz manuell im Suchfeld anzugeben. Und das wird nicht funktionieren, denn wie ich dir sage, jeder Kunde bekommt eine andere Ansicht. Was du machen kannst, wäre natürlich ein Inkognito-Fenster aufzumachen und dann einfach die Seite von Amazon aufzurufen und dann manuell das Ganze zu verfolgen. Und das machst du jeden Tag, um ganz genau zu wissen, unter welchen Keywords ich einfach auf welcher Position bin. Bin ich jetzt auf der ersten Position, auf der zehnten Position? Bin ich auf der zwanzigsten Position? Und das ist natürlich alles mühsam. Und du hast dafür auch keine Möglichkeit, das Ganze sozusagen zu kontrollieren und weißt du nicht wirklich eigentlich, wo du stehst. Weil wer macht das einfach für ein Keyword? Stell dir vor, du möchtest das für zehn verschiedene Keyworder machen. Das wird richtig schwierig. Wie können wir das Ganze automatisieren? Wie können wir das Ganze mit einem einfachen Tool komplett angehen, dass wir, sage ich mal, diese Funktion einfach unterm Radar haben? Das geht ganz einfach und dafür haben wir dir eine Funktion eingebaut im Amazon-Seller-System. Informationen zum Tool findest du in der Videobeschreibung. Da hast du auch einen Rabattcode. Das heißt, du gehst auch auf die Funktion AMZ-Tracker. Du gehst auf die Funktion AMZ-Tracker, wo wir einfach ganz viele Keywords für unseren Produkt tracken möchten. Mal angenommen, wir möchten jetzt diesen Schlüsselschrank, was ich ja vorhin gesagt habe, einfach tracken. Wir möchten ganz genau wissen, unter welcher Position wir sind. Dafür benötigst du einmal die Asen von dem Produkt oder du nimmst die komplette URL. Das ist dir überlassen. Und wir sagen, wir möchten jetzt ein komplettes Produkt hier adden. Das heißt, wir klicken jetzt hier drauf. Das dauert ein bisschen. So, dann sagt er mir, gib mir einfach die Asen von dem Produkt. Und jetzt musst du natürlich die Keyword ergeben. Das sind die Schlagworte, unter denen die Kunden dein Produkt suchen sollten. Das heißt, du hast dir ein bisschen Gedanken gemacht, welche Schlüsselwörter ich da nutze. Falls du es noch nicht gemacht hast, hast du die Möglichkeit, das Ganze auch in dem Tool hier zu recherchieren. Aber nehmen wir mal an, du kennst deine Keyword, dann suchst du Schlüsselkasten. Das wäre ein Keyword. Dann machen wir einfach eine neue Zeile, was wir zum Beispiel Schlüsselanhänger. Das wäre auch ein Keyword, was du verfolgen möchtest. Dann möchtest du auch natürlich verfolgt werden unter Schlüsselkasten aus Stahlblech. Vielleicht suchen das die Leute. So, das heißt, wir nehmen hier Schlüsselkasten aus Stahlblech. So, mal angenommen, das wären alle deine Keywords. Du fügst die ein, die du verfolgen möchtest. Du kannst natürlich das Ganze ergänzen. Jetzt hast du die Möglichkeit, einfach zu sehen, auf welcher Position du bist. Das dauert natürlich. Wir sehen einfach mal, wie viele Menschen in Deutschland alleine dieses Keyword einfach suchen. Schlüsselanhänger. 200, 27.000 Menschen. Das ist viel zu viel. Das bedeutet, das ist eine heiße Kategorie. Aber das bedeutet nicht, dass sie unter Schlüsselanhänger deinen Schrank verstehen. Wir könnten einfach unter Schlüsselanhänger ganz normale Schlüsselband verstehen. Um das Ganze zu beschleunigen, kannst du hier da draufklicken. Dann dauert das 15 Minuten, bis das analysiert wird. Ich will jetzt das Video keine 15 Minuten erzählen. Deswegen zeige ich dir, wie sowas einfach bei anderen, sage ich mal, Produkten aussieht. Das heißt, mal angenommen, hier hast du Produkte, die du verfolgen möchtest. Das ist gerade auch ein Produkt, was gerade hinzugefügt ist. Deswegen ist das nicht drin. Nehmen wir mal einfach mal dieses Produkt. Wir können einfach sehen, okay, das ist ein Produkt, das ist ein Indien-Geschenk. Es gibt Leute, die aus Indien stammen, aus der ganzen Welt. Und das ist ein Produkt, was zum Beispiel in den USA verkauft wird, indische Geschenke. Da können wir sehen, okay, ich bin auf Platz 2. Ich war auf Platz 2. Ich war auf Platz 40 und jetzt habe ich Optimierung gemacht. Jetzt bin ich auf Platz 20. Das heißt, diese Änderungen, die ich hier durchführe, wenn ich Werbung schalte, führen dazu, dass ich einfach bessere Positionierung bekomme. Das heißt, wir müssen ganz genau sehen, wie, wo wir landen. Das heißt, vielleicht habe ich hier jetzt die Werbung runtergeschraubt. Dann bin ich auf Platz 39 gelandet. Das heißt, je höher die Kurve nach oben ist, desto besser. Wir können uns einfach mal andere Produkte anschauen. Ältere Produkte, die hier jetzt im Tool hinzugefügt sind. Wir nehmen einfach mal dieses Produkt. Da können wir sehen, okay, der war auf Platz 51, 48, jetzt 45. Jetzt hat sich wieder verschlechtert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Keywords im Griff hast. Dass du auch ganz genau weißt, okay, unter welchen Keywords bin ich eigentlich auf Platz 1. Weil das ist der einzige Grund, weshalb die Leute die Stand finden. Das heißt, wir sehen hier Produkte 61, hat sich verbessert auf 46, 47. Wir sehen hier konstant auf Platz 1. Wir sehen hier auf 61, habe ich mich verbessert. Und das ist ganz einfach mit dieser Funktion zu bedienen. Du kannst natürlich auch weitere Keyworder hinzufügen, indem du einfach mal nochmal hier draufklickst und sagst, okay, jetzt will ich einfach weitere Keyworder. Das sind die Keyworder, die ich habe. Und jetzt möchte ich einfach weitere Keyworder hinzufügen. Einfach auf Speichern klicken. Und dann kannst du das Ganze anschauen. Übrigens hast du in jedem Tool hier eine Anleitung, wo du das Ganze einfach bedienen kannst, anschauen kannst. Und für die Leute, die mir sagen, okay, ich kenne nicht mal meine Keyworder. Woher soll ich wissen bitte, welche Keyworder ich nutzen sollte? Dann solltest du einmal unbedingt das beste Produkt in deiner Kategorie suchen oder das passende, das ähnlichste Angebot zu dir. Das heißt, ein Wettbewerber von dir, der gerade so gut verkauft. Das ist zum Beispiel ein ähnliches Produkt, was gut verkauft. Und jetzt möchten wir wissen, warum er eigentlich gut verkauft. Und dazu gehen wir auf eine weitere Funktion und das nennt sich hier Reverse Asen. Das heißt, die Rückwärts Asen. Und Leute, ganz ehrlich, hätte ich diese Funktion 2013 gehabt, wäre ich heute woanders. Das heißt, wir erfahren, unter welchen Schlagworten dieses Produkt zu finden ist. Wir gehen einmal auf die Reverse Asen. Dauert ein bisschen zu laden. Geduld, deswegen sage ich ein bisschen Wasser. Wir machen das Ganze alles hier live. So, und wir geben einfach die Asen ein von diesem Produkt, was wir verfolgen möchten. Und möchten ganz genau wissen, unter welchen Keywords dieses Produkt ganz oben ist. Im Vergleich natürlich zu unserem Produkt. Das heißt, wir haben unser Produkt hier. Wir nehmen es einfach hier und wollen wir das vergleichen. Das heißt, wir haben erstmal das Produkt. Nein, das müssen wir anders machen. Das heißt, wir nehmen erstmal unser Produkt. Unser Produkt, was wir vergleichen möchten. Und jetzt können wir das Produkt von den Wettbewerbern nehmen. Jetzt nehmen wir das Produkt von den Wettbewerbern rein. Erstmal unser Produkt, Ausgangssituation. Und dann, wir können es hier bis zu drei Wettbewerbern nehmen. Und einfach sagen, okay, jetzt analysiere mir mal bitte diese Produkte im Vergleich zu meinem Produkt. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, dass wir eigentlich gar nicht gut da stehen. Das heißt, wir stehen unter Schlüsselversteck außen auf Platz 97. Das ist aber gar nicht. Bedeutet im Endeffekt eigentlich, dass wir in vielen Bereichen besser sein müssen. Und hier sehen wir, wenn ich einmal nach Suchvolumen sortieren möchte, unter Schlüsselkasten ist der Wettbewerber auf Platz 2. Und das ist der Grund, weshalb er verkauft. Das heißt, wir müssen uns mehr auf das Wort Schlüsselkasten konzentrieren. Ja, dann müssen wir einfach mehr auf Schlüssel, wird auch sehr oft gesucht. Der ist auf Platz 37, aber auf Platz 9 ist er unter Schlüsselschrank. Und wir sind hier nicht mal sichtbar unter diesen ganzen Keywords. Das bedeutet, wir haben unsere Arbeit gar nicht fleißig gemacht. Das ist ein Beispiel von diesem Kunden, der genau diese Frage gestellt hat. Deswegen zeige ich das. Das heißt, du musst natürlich in deine Titel ganz viele Keyworder hier einbauen und weitere Keyworder hier in den ersten drei, vier, also drei Politpoints. Das ist das, was zählt. Und dann die Backend Keyword. Und du brauchst die Keywords nicht zu wiederholen. Da hast du hier Vorschläge, was du alles nutzen kannst. Da siehst du auch, was der Wettbewerber nutzt. Nutzt bitte keine Keyword-Spamming. Bedeutet, du solltest keine Keyworder nehmen, die einfach nicht interessant für dich sind. Du darfst auch zum Beispiel Schlüssel, Tresor, Burgwächter nicht nehmen. Burgwächter ist eine geschützte Marke. Das darfst du aber zum Beispiel, diese ganze Liste, in deine PPC-Kampagne reinnehmen. Das wäre auch ein Trick, was du hier nutzen kannst. So, das wäre eigentlich die komplette Begründung, warum du nicht gefunden wirst. Das heißt, was musst du aktuell jetzt tun? Das Erste, was du tun musst, ist natürlich die Keyworder hier zu recherchieren, einzubauen in deiner Beschreibung, dafür zu sorgen dann, dass du ein bisschen PPC schaltest. Und dann schaltest du einfach diese Funktion AMC-Tracker, um zu schauen, okay, hat sich das gefruchtet, was ich da überhaupt mache. Wenn ich die Werbung schalte, komme ich einfach höher in den Positionen, weil der Sinn ja soll sein, wenn die Kunden einfach nach Schlüsselkasten suchen, dass du nicht die ganze Zeit diese bezahlte Werbung hier bedienen musst. Das heißt, du siehst hier, das sind Leute, die alles bezahlen. Das kostet alles Geld. Die haben auch die entsprechend hohe Preise, um das Ganze zu finanzieren. Und wir sollten irgendwann natürlich dafür sorgen, dass wir auch in den organischen Ergebnissen auf den ersten ein, zwei Seiten erscheinen. Und wenn du dazu mehr lernen möchtest, wenn du einfach genau dieses Tool haben möchtest, findest du einfach das alles in der Beschreibung. Ansonsten, wenn du von null anfangen möchtest, im Thema Amazon zu lernen und Unterstützung brauchst, hast du auch die Möglichkeit, mit uns unverbindlich zu sprechen und zu schauen, wie wir dir helfen können, einen Topseller hier auf Amazon aufzubauen, auch wenn du keine Vorerfahrung in diesem Bereich hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wenn du vielleicht einen Kollegen kennst, der genau dieses Problem hat, der auf Amazon verkauft und nicht weiß, wie er weiterkommt, dass du ihm einfach dieses Video weiterleitest, er wäre dir dankbar. Und schreib mir deinen Kommentar dazu, wie du diese Art von den Videos gefunden hast, ob du es lustig gefunden hast. Sollte man mehr von solchen Art Videos machen oder nicht, ansonsten alles, alles Gute. Dein Boutrus.